gegeneinander spielen ja wir zwei alleine an dem tisch gerne das heißt man muss sich nach vorne durch kämpfen nach hinten abschotten ja wahrscheinlich geht das geht es geht es hier schnell okay okay los geht's Das ist aber jetzt jedes mal so lange ach du spielst du jetzt jeden einzelnen Da sind die karten schon wieder anders aus Das ist zu weit das zu weit das gefährlich das gefährlich Das war ein glückstreffer Wenn die voraussetzungen ein bisschen anders sind, dann nützt einem die ganze erfahrung nix mehr So jetzt habe ich anstoß nichts wieder gut gut Aufgepasst Ja 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 Halt! Halt! Ach gut hin habe ich erst mal wenn sie den hier bekommt dann habe ich keine chance mehr da vorne spielt sie eisenhart durch Ja 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 Da habe ich meine Ja 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 Ja